Hallo, willkommen zu einem neuen Feuerwerksvideo. Heute gibt es die große, schwere Batterie Funky Soul 49 Schuss und ja, sie sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Dann hat man hier eine NMM von immerhin 384 Gramm, zweieinhalb Kilo Brutto, also ist echt ein Klopper. Ja, 22 Millimeter, das kann schon was werden. Dann hole ich die noch raus und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Zündung. So, Funky Soul, ich freue mich schon drauf, keine Ahnung. So, Funky Soul Alter, die war ja richtig cool. Okay, dann bis zum nächsten Video von mir um 5.30 Uhr früh am 1. Januar. Ciao.